hallo ich bin es wieder vom kanal stromrhein spaß raus dieser kanal wird gesponsert von shop for tesla hallo willkommen auf dem kanal stromrhein spaß raus ich wollte mich noch mal wahnsinnig bedanken für die wahnsinnig vielen kommentare und wir haben auch diesmal bei dem letzten video vom sonntag 1000 likes bekommen und ich glaube über 300 kommentare ist schon echt heftig leute und wir haben über 250 abonnenten dazu bekommen das ist schon echt wahnsinn für ein video wohlgemerkt was ich ein bisschen schade fand ich habe unter der woche ein zwei shorties gemacht die ich abends eingestellt hatte um halb acht und bis zum viertel nach zehn haben das keine 200 leute halt angeguckt es hieß ja mal ich soll auch so unter der woche mal ein paar videos bringen so paar shorties aber anscheinend hat da keiner die glocke gedrückt für alles oder sowas ich weiß nicht zumindest hat sich das irgendwie kaum gelohnt das zu machen ich überlege halt ob ich das halt wirklich auf wochenende verschieben aber das macht halt irgendwie keinen sinn wo ich mich auf jeden fall noch bedanken möchte dass ich hier paypal spenden bekommen habe auf jeden fall vom oliver ii der hat mich jetzt noch mal hier mit der spende beglückt dann der feriens bm und der viktor h ich sage jetzt extra nicht den nachnamen dazu weil es ja auch datenschutz ist natürlich und ich habe mich auch gefreut über die bestellung hier bei meinem shop ich habe jetzt eine neue shop adresse bekommen und zwar ist das shop for ev dass der extra für gedacht damit eben leute die kein tesla haben eben auch was bestellen können zum beispiel für vw für den skoda für den audi für den cupra für die ganzen leute halt nicht unbedingt tesla fahren gibt es ein extra shop der gehört zu dem anderen shop mit dazu für shop für tesla ist aber andere adresse mit halt mehr marken dabei und auch da bekommt er eben fünf prozent rabatt mit dem code stromrhein spaß raus die adresse mache ich euch in die video beschreibung mit rein auch den coupon code mit rein und wie gesagt unterstützt mich damit extrem gut weil aber wenn eben keine über diesen shop bestellt dann springt mir diese wehrpartner wieder ab und dann habe ich halt noch diese google einnahmen wo die sind halt wirklich nicht viel also stellenweise bekomme ich dann nur so 20 30 euro pro video und ich habe mir die ganzen aufwände für diese erstellung vom video muss auch über die ladekarte bestellen fahrt zur ladesäule und test alles durch und das für 20 euro pro video das halt echt lachhaft muss ich sagen und so habe ich wenigstens ein paar einnahmen über so einen werbepartner ich sage schon mal dankeschön für diejenigen die sich halt hier bei dem shop was bestellen wollen bevor ich jetzt zu der neuen ladekarte was sagen die ich gleich vorstelle wo ich noch ein paar worte verlieren über diese elektroverse ladekarte und zwar gibt es ja hier die angebote dass man eben beim aldi laden kann für 35 cent pro kilowattstunde an dc aber anscheinend ist das nicht an allen standorten möglich und zwar hier in der app sieht man ja oben wolby da gibt es wohl auch alte standorte die halt über compleo angebunden sind und die haben dann stellenweise preis von 77 cent also nicht alle standorte sind zu diesem toppreis möglich da haben wir noch die ladesäulen hier von last my solution die halt hier für 41 cent pro kilowattstunde hier möglich sind da habe ich ja so kleine shorti hier mal gemacht die tage dann haben wir die stadtwerke stuttgart haben schon zwei abonnenten hier zurück gemeldet dass der preis wirklich stimmt dann habe ich hier natürlich city watt das ist auch sehr sehr gut finde ich für 41 kilowattstunde und ich hatte gebeten dass die leute sich mal melden wenn sie die erste ladekarte bekommen haben und tatsächlich hat sich jetzt hier einer gemeldet der hat am sonntag gleich bestellt die ladekarte und hat sich jetzt die tage schon erhalten oder heute sogar und das halt wirklich von der zeit her schon viel länger wie bei mir aber auch die l hat jetzt ein problem über weihnachten manche briefe brauchen wirklich drei vier tage obwohl die schon hier in der dhl station angekündigt wurden da ist er trotzdem ein bisschen bei mir ankommen in der zwischenzeit kann man ja trotzdem schon mal ohne ladekarte hier laden und da muss man einfach hier unten rechts auf das männchen klicken da gibt es in der mitte diesen punkt experimentell da kann man im experimentallabor quasi hier den schieberegler überstellen auf überall in app laden das heißt man kann über die app die ladung starten ohne die ladekarte das geht natürlich leider nicht an jeder ladesäule und das ist noch eine beta phase aber ich habe selber probiert das funktioniert einwandfrei und da kann man eben schon mal ohne ladekarte hier starten für meinen neuen abonnenten habe ich hier nochmal den link mit reingehängt für diese fünf euro gut haben die er nach der ersten ladung zurückbekommt und das können halt gerne nutzen wenn er wollte oder auch nicht dann haben wir den link dabei für diese ios app die man direkt hier installieren kann nachdem er mit der handy kamera drauf gehalten hat und damit er auch diesen link geklickt hat dasselbe habe ich noch mal vorbereitet für die android handys wie gesagt einfach mit der kamera drauf halten auf den link unten drunter klicken und das sei direkt in diesem google play store drin und kann es ganz einfach installieren nach der kurzen werbeinblendung stelle ich euch dann eine neue ladekarte vor ich habe jetzt seit über einem jahr schon diese gummi matten von shop for tesla diese tubi fair matten und diesen für den winter sehr sehr gut geeignet weil die hatten sehr sehr hohen rand haben und sind auch nicht so labberig wie die normalen eben gummi matten und ich kann es tatsächlich wirklich weiterempfehlen und wird es auch wieder kaufen ein 5 prozent rabatt code findet in der video beschreibung und unterstützt damit auch ein bisschen meinen kanal und dann mache ich das vielleicht auch gerne weiter mit dem kanal hier schon mal vielen dank dafür dass er mich unterstützt heute will ich euch mal eine ladekarte von der stadtwerke hundetal vorstellen die finde ich halt schon relativ interessant natürlich wäre die interessanteste die tüger ladekarte gewesen aber die haben halt leider die preise angezogen habe ich ein bisschen herum geguckt und habe hier was gefunden von der hundetal mobile und zwar gibt es hier eine ladekarte die kostet hier drei monatlich 18 euro für die kartengebühr wollen die rechnungsgebühr sind 4 euro 50 pro drei monate das heißt im schnitt bezahlt er dann glaube ich 7 euro 50 pro monat und hier könnt ihr eben für 36 cent pro kilowattstunde laden im ladenetz und im externen roaming für 45 cent pro kilowattstunde und ich denke mal das ist noch eine ganze ecke billiger wie eben bei enbw oder bei mein grau weiter habt ihr mindestens 54 cent oder das stellenweise 60 cent bei enbw bei der standard ladekarte und hier kommt er eben auch hier bei dc für 40 cent weg im ladenetz und wenn er hier beim externen roaming laden hat 55 cent das gilt natürlich auch bei ewego bei aionity bei aral bei shell recharge habt immer die 55 cent und nachdem wie viel halt ihr fahrt wie viel ihr verladet im monat lohnt sich die 7 euro 50 grundgebühr denke ich mal schon es sei denn ihr kommt wieder um die ecke sagt ja bei aldi kann für 29 cent laden das stimmt natürlich aber nicht jeder halten hatte eben ein aldi vor der haustür bei mir zum beispiel ist der nächste aldi mit lade so eine 10 kilometer entfernt da muss ich dann extra hinfahren muss mein auto fünf stunden hinstellen da muss im auto sitzen bleiben fünf stunden das ist natürlich quatsch also macht bei mir so eine ladekarte auf jeden fall schon mal sinn was man die dazu am einfachsten installiert man sich die ladenetz.de app da kann man eben schauen welche ladepunkte mit freigeschalt werden können oder muss man auch den filter einstellungen auf ladekarte einstellen weil es gibt ja von vielen anbietern der ladenetz anbieter eben keine app sondern muss halt tatsächlich diese karte freischalten also muss man den filter einstellungen auch auf ladekarte einstellen dass man wirklich die ladepunkte erkennen kann die man auch bei der karte freischalten kann hier kann man noch mal ein filter setzen für kein roaming es gibt ja wie gesagt eben bei der ladekarte eben preise für roaming und kein roaming und diese weltkugelkugel signalisiert eben die ladepunkte die halt im externen roaming angebunden sind und da gelten eben die höheren preise also wenn man das filtert dann kann man auch sagen kein roaming bekommt halt nur die ladesäule zu dem billigen tarif übrigens alle links zu diesen ganzen informationen findet ihr in der video-ubschreibung wie immer alle angaben ohne gewehr schaut bitte immer in die agbs rein bevor was bestellt denn alle tarife können sich natürlich täglich wieder ändern ein like von euch fände ich total super und über ein abo wäre ich total dankbar wenn ihr die glocke drückt recht immer die neuesten videos von mir und dank für zuschauen